Dass man hier mal hinter die Kulissen gucken kann. Ich bin selber ein bisschen im Finanzsektor tätig und von daher interessiert mich das Ganze auch. So allgemein, was hier so passiert. Also wir haben auch mit zwei Mädels von der Bankenaufsicht geredet. Am besten hat mir bis jetzt gefallen. Diese Riesenhalle, ich wusste nicht als Frankfurter, dass wir so ein schönes Gebäude haben. Ich wollte mal den Goldbarren heben. Genau, und Gold anzufassen. Ja, dass das alles so ein bisschen interaktiv ist. Ich habe mich noch nicht ganz hoch bekommen, da muss ich noch ein bisschen mehr trainieren. Und bei der VR-Kino, das war cool. Und zu erfahren, wie viel Gold hier gelagert wird, ist auch spannend. Die Stände mit dem Bargeld, mit dem Falschgelderkennung und Sicherheitsmerkmale war sehr schön gemacht. Das habe ich inzwischen auch gelernt. Ich habe noch alte D-Bag-Münzen, die kann man hier umtauschen.